halli hallo und herzlich willkommen zu einer neuen reaction auf dem kanal 7x7 heute möchte ich mal mit euch auf shinlimm reagieren lasst uns einfach mal anfangen ich sag ich pausier das video einfach immer wenn ich was sage weil sonst wird das zu laut also fangen wir einfach mal an ja wir können jetzt eigentlich auch schon aufhören weil das zu krass war ich bin komplett gefühlt übrigens das ist eine instagram kombination strich strich tik tok also ich verlinke euch natürlich das video in der videobeschreibung der macht halt immer combinations und davon magier sachen so alles mögliche rein und ja das guckt man seit heute an was krass schon mal clean oh mein gott war das clean der typ ist gestört da war ein klitzekleiner fleisch drin achtet oben drauf immer oben drauf gucken guckt oben drauf ja geile kamera aber oh mein gott ist das krass der typ ist gestört der typ ist gestört da war ein klitzekleiner fleisch drin Das ist bestimmt was der jetzt sagt. Wenn du das so gut kannst, dann meinst du das Ding nicht richtig gemacht. Wie lange hat das Gehör zu trainieren? Versuch's dienen zu können. Der Typ ist gestört noch ganz zu. Oh mein Gott, Mario Lopez. Einer der besten Magier der Welt. Was macht er? Ich bin riesiger. Nein! Nein, nicht das, nicht das, nicht das. Er macht das. Das ist... Alter, was? Ich mein, das ergibt ja wieder Sinn, wie das funktioniert. Aber... Das davor halt nicht. Das ist wahr, ne Leute? Jetzt mach ich auch noch Werbung für Schindling. Super. Das war auch schon meine Reaction. Wenn euch das so gefallen hat, lasst doch ein Like da. Flank den Abo-Button. choen. Bye. Bye, bye. Untertitelung des ZDF, 2020